Flüster-Entspannung von Sophia Hallo ihr Lieben! Hier sind Angela und Sophia Angela ist gerade noch dick eingepackt in einen Regengeb ist nämlich gerade von draußen gekommen und Und das ist die Inkaillen. Das ist einfach schon ganz schön. Hier ist noch ein bisschen waschen. Das ist ein bisschen besser. ein bisschen aufpassen hier auf den Haaren Und heute habe ich für Sie und für euch eine ganz entspannende Rücken- und Nackenmassage Sie ist ja quasi meine Muse oder mein Hausmassagemodel Das ist immer ganz cool und schön machen wir nämlich einen gemütlichen Abend mit einer Massage Und wir ziehen das jetzt am besten raus und wie praktisch und heute auch diesen wunderbaren Pullover an diese tollen Kratzgeräusche machen Das ist ja schon praktisch und jetzt ein Winterstricktraken Ja, von zu kommen ja auch mal Autos vorbei So ist das, wenn man in einer Stadt wohnt oder lasst euch davon nicht stören Genießt diese wohltuende Massage und stellt euch vor hier würdet ihr an jeder Stelle sitzen Schlecht und ein bisschen Die ist derzeit im Herbst ja auch gerade hin, ich habe das auch schon ganz oft als Nagellack gesehen, in diesem dunklen, fast bräunlichen Ton, wird auch immer sehr, sehr schick auswendig. Ich habe meinen heute eher passend zum Regengelb gewählt. Soll ich das nicht? Soll ich das nicht? Soll ich das nicht? Und anschließend an die schönen Pullover- und Cape-Geräusche. So, Angela natürlich auch noch eine richtige Massage bekommen. Dafür stecke ich mit diesen Spangen hier erst einmal ihre Haare hoch. Ich sehe auch so schöne Locken. Echt ganz toll aus. Du wurdest in einem Video mal gefragt, wer du diesen Ring hast. Wo war der nochmal? Von DM. Ah ja, stimmt. Von DM ist dieser wunderschöne Haarring. Aber das sieht doch auch süß aus, diese Frisur. Kannst du dann später im Video sehen. Ich stecke nochmal die einzelnen Haare mit hoch. Ich gehe noch so rumfliegen, sonst kann das bei der Massage nachher unangenehm werden. Wunderschöne Die erste Jetzt habe ich hier für die Massage ein bisschen Creme. Ich kann mal ruhig ein bisschen mehr nehmen. Beziehungsweise ich habe so trockene Hände, nehme ich die Creme erst dann auf mich. Okay. Dann nehme ich anschließend noch mal ein bisschen mehr dazu. Das ist jetzt auch ordentlich, ordentlich viel. Eigentlich hätte ich davor noch mal den Pullover abdecken müssen mit einem Tuch. Ich gebe mir einfach mal Mühe, da nicht dran zu kommen. So kann man schön die Creme über den Nacken verteilen. Da fühlt sich aber auch echt viel spannend an. Mist, jetzt bin ich schon gegen den Pullover gekommen. So, Schadensbegrenzung. Das ist zum Glück einfach eine Bodylotion. So, die geht auch nachher sehr gut auch wieder raus. Und die Haare haben auch schon was abbekommen. Ja, diesmal habe ich es etwas gut gemeint. Das ist jetzt mit der vielen Creme. Normalerweise nehme ich immer leider zu wenig, aber diesmal habe ich es echt etwas übertrieben. Deshalb verteile ich die noch mal ein bisschen bei meinen Armen. Okay. So, langsam können auch Arme und Hände keine Creme aufnehmen. Aber hier sieht das doch schon gut aus. Und besser auch zu viel Creme anstatt zu wenig. Und damit einfach mit den kreisenden Bewegungen den Nacken entlang massieren. Und dann mit dem Taumen hat man auch immer ganz gut Kraft. Man kann auch so ein bisschen immer wie in eine Achte lang gehen. Diese schönen Unendlichkeitszeichen. So ein bisschen an den Muskelklang massieren. Und dann versuchen unter die Muskulatur ruhig ein bisschen zu kommen. Und zu lockern. Allein schon so ein bisschen Wärme. Das ist ja auch bei den Verspannungen. Das kann man wunderbar hervorrufen. So man hier dann nicht im Ende. Die kreisenden Bewegungen an eine Stelle lang geht. Und langsam, man kann es kaum glauben, dass die Creme fast hängt. So. Und langsam, wenn man hier headlines nennt. So. 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 Okay Nun ist hier am Nacken noch ein bisschen Creme, aber sonst fast eingezogen. Meine Hände sind auch noch völlig cremig und die Arme. Aber es ist ja auch eher als eine sanfte Entspannung gedacht. Dafür kann man dann eben Creme auch immer ganz gut nehmen. Man muss auch nicht immer Massageöl nehmen. Und ich hoffe, dieses Massagevideo hat euch sehr gut gefallen. Ich glaube, Angela ist jetzt auch schon ganz entspannt. Dabei habe ich uns gleich noch etwas Leckeres zu essen gekocht. Wollen wir euch eine wunderbare gute Nacht. Schlaf und schön. Schlaf und schön. Schlaf und schön.